Ich bin Christian, 26 Jahre alt, komme aus Karlsruhe. Ich bin hier in Bremen, um von den Besten zu lernen. U-Training und ich sind Calisthenics-Pioniere und ich will in Straßensport auch in meiner Stadt weiter. Calisthenics mache ich eigentlich schon gefühlt mein ganzes Leben, seit ich 13 bin. Seit fünf Jahren haben wir eine Gruppe namens Zeus Athletics in Karlsruhe und wir verbreiten Sport und die Mission in unserer Stadt. Der Sport gibt den Jungs eine Perspektive und holt die von der Straße. Bei mir hat es auch gewirkt, damit man seine Zeit nicht mit Drogen oder anderen Schwachsinn vergeudet. Der Sport bringt Disziplin und das kannst du dann verbreiten auf alle weitere Lebenssituationen. Entschuldigung. Der Sport nicht ausstattet. Was ist die erste, die wir mit Drogen sind, die wir mit Drogen ausganzieren.